Also die Lage ist schlichtweg eine Katastrophe, weil eigentlich schon die Abstimmung über den Brexit dazu geführt hat, dass wir uns über den Verlust eines wichtigen Mitgliedstern der Europäischen Union Gedanken machen müssen. Wir haben lange, lange Monate, zweieinhalb Jahre verhandelt, haben jetzt einen Deal auf dem Tisch liegen, der finde ich absolut gut ist, für beide Seiten gut ist und beide sind an die Grenze dessen gegangen, was sie auch miteinander vereinbaren können. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir nicht wissen, ob es zu diesem Deal kommt oder nicht und ich finde, das ist schlichtweg die schlechteste aller Situationen. Es ist von vornherein klar gewesen, es wird keine Win-Win-Situation, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Es wird für beide Seiten eher ein Verlustreicher.